Musik Wir haben uns gedacht, dass wir in einem ersten Block vielleicht überhaupt mal die Frage Staatsverschuldung, Sinn und Zweck, Gefahren, aber auch nutzen oder auch nicht. Und ich würde mal mit dem Kollegen Schäpitz anfangen, ich kann das ja machen, Schleichwerbung für seine zwei Bücher, beide heißen erstmal Schulden ohne Sühne, Fragezeichen, der zweite Band ist sozusagen eine Aktualisierung, wo dann auch auf die Eurokrise noch eingegangen wird, der erste war 2010 und wenn man das Buch dann bis zu Ende gelesen hat, dann ist das Fragezeichen sozusagen aufgehoben. Der letzte Absatz heißt dann, statt sich den Realitäten der Staatsfinanzen zu stellen und die Umschuldung von Staaten in Europa zu einer gangbaren Politikalternative zu machen, versucht die europäische Politik eine Rettung um jeden Preis. Diese Rettung kann für Staaten und ihre Bürger teuer und bitter werden. Es gibt keine Schulden ohne Sühne. Das ist 2010 geschrieben und deswegen als erstes mal eine Frage an Sie. Ist denn Staatsverschuldung aus Ihrer Sicht generell zu verurteilen? Gibt es überhaupt keinen volkswirtschaftlichen Sinn oder hat Politik versagt, weil es nicht vernünftig damit umgegangen worden ist? Und gibt es da dann nochmal Unterschiede zwischen auch vielleicht der Bundesrepublik und zum Beispiel Griechenland oder würden Sie da sagen, das Medium Staatsverschuldung oder das Mittel Staatsverschuldung ist eigentlich immer gleich gefährlich? Auch das, wenn Sie das Buch von vorn bis hinten gelesen haben, wird das ja weiter vorne, wird ein Teil der Fragen schon beantwortet. Natürlich sind nicht Schulden gleich Schulden. Es gibt, wenn jeder Privatmensch weiß ja, wenn er sich eine Wohnung kauft oder wenn er sich ein Haus baut, dann wird er das Geld ja nicht haben sofort und dann wird er einen Kredit aufnehmen, um sich das leisten zu können und dann, er sollte es sich leisten können, dann nimmt er den Kredit auf, kann sich die Wohnung oder das Haus bauen und dann hat er sozusagen das Geld genommen, hat es investiert und hat damit einen Wert geschaffen und hat da auch einen Gegenwert. Und so ist es eben auch bei Staatsschulden. Also man kann, wenn man Schulden macht, um damit Infrastruktur zu investieren, in Schulen, in Bildung, dann sind das ja Schulden, die durchaus auch eine gewisse Rendite bringen und die dann auch der kommenden Generation zum Nutzen gereichen und warum soll die kommende Generation, wenn sie denn dann die Straße hat oder wenn sie dann die Universität hat oder wenn sie die Bildung hat, warum soll die nicht auch dann für diese Kosten mit herangezogen werden. Und insofern ist es ein Unterschied, wie man die Schulden einsetzt. Aber jetzt muss ich ja in der politischen, ich bin ja Politiker, jetzt muss ich ja eigentlich sagen, wir machen natürlich eigentlich nur gute Schulden und die anderen haben immer die bösen Schulden gemacht. Das Problem in der Politik ist eben, dass da eben nicht unterschieden wird zwischen guten und schlechten Schulden, sondern es werden einfach Schulden gemacht und wir haben seit 1969, es gab ein einziges Jahr seit 1969, wo wir in Deutschland beispielsweise mal einen Überschuss gemacht haben und sonst wurden immer Schulden gemacht und so doll sind unsere Straßen jetzt nicht und man kann eben daran schon erkennen, dass eben nicht alles für Infrastruktur, für sich rentierende Sachen investiert worden, sondern dass eben auch viel, viele Schulden gemacht wurden, weil man unnütze Projekte investiert hat, weil man konsumtionelle Ausgaben investiert hat, die dann einfach verpuffen und weg sind. Das wäre genauso, wenn ich Schulden machen würde, um in den Urlaub zu fahren, dann würde ich ja zwar mal eine schöne Zeit haben, aber es wäre danach eben das Geld eben weg und ich wäre verschuldet. Das wäre so in etwa vergleichbar. Jetzt haben Sie mich noch gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Schulden in Deutschland und in, also die Schuldenquote ist schon eine andere in Deutschland. Wir haben in Deutschland ungefähr 80 Prozent am Bruttoinlandsprodukt, das heißt, wenn alle Deutsche müssten ungefähr ein Dreivierteljahr arbeiten, nur arbeiten, um eben diese Schulden abzutragen. In Griechenland ist die Quote, trotz dass da ja relativ viele Schulden erlassen worden, schon wieder bei rund 160 bis 170 Prozent, also das ist eben ungefähr doppelt so hoch. Also da sieht man schon den Unterschied und das ist dann eben auch nicht mehr tragfähig. Es gibt ja auch ab einem bestimmten Schuldenstand, das werden ja verschiedene Herren diskutieren, ist ja auch, ist die Staatsverschuldung eben nicht mehr tragfähig, dann werden die Investoren langsam nervös und sagen, okay, dem gebe ich lieber nichts mehr und dann kommt man eben in so eine Abwärtsspirale rein. Ja, Frau Herrmann, was sagen Sie dazu? Ich meine, das, was er gesagt hat, erstmal was die Finanzierung von Investitionen angeht, hört sich ja sehr vernünftig an. Das war der alte Paragraf 115 des Grundgesetzes vor der Schuldenbremse, wo eben genau gesagt worden ist, im Umfang von Investitionen darf Staatsverschuldung sein und dann sozusagen, wenn das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht gestört ist. Gibt es da sozusagen dann doch gar keine Differenz oder würden Sie das Ganze doch ein bisschen anders noch beurteilen? Also Staatsschulden sind ja ein unglaublich komplexes Thema. Also wenn man sich mal anguckt, wann sind die deutschen Staatsschulden eigentlich entstanden? Entschuldigung, ich bin so ein bisschen krank, deswegen werde ich immer husten müssen. Dann kann man ja sehen, dass sie im Wesentlichen in drei Schüben entstanden sind, nämlich 1975 nach der ersten großen Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg, als man eben dachte, Konjunkturpakete würden helfen. Dann ab 1989, das heißt, die deutsche Einheit ist ganz wesentlich über Schulden finanziert worden und dann 2008 eben durch die Finanzkrise. Allein in der Finanzkrise ist der deutsche Schuldenstand um 400 Milliarden Euro gewachsen. Das ist ein Plus von 30 Prozent und ich würde einfach mal behaupten, dass diese Zunahme der Staatsschuldung absolut unausweichlich war. Das konnte man nicht vermeiden, denn das ist ja passiert dadurch, dass die Steuereinnahmen zusammengebrochen sind und dass man zu Recht den Eindruck hatte, dass man Konjunkturpakete schnüren muss, also zum Beispiel Kurzarbeitergeld etwas weniger sinnvoll war die Abwrackprämie, aber egal. Eigentlich war die Idee richtig, dass man Konjunkturpakete schnüren muss und die Steuerausfälle hinnehmen muss. So, das heißt, Staatsverschuldung ist ganz wichtig, weil es sozusagen der Puffer ist in Konjunktur und Krisen und in Depressionen. Nicht so sinnvoll finde ich es, anders als Herr Zschäpitz, wenn man Investitionen, reguläre Investitionen über Schulden finanziert, weil es natürlich gibt es noch einen zweiten Grund, warum Staatsschulden entstehen können und dafür ist Deutschland auch ein Beispiel. Man macht nämlich einfach erst eine Steuersenkung für die Reichen und dann hinterher fehlt das Geld und dann muss man leider Schulden aufnehmen. Also in Deutschland ab 1998 haben wir ja spektakuläre Steuerprogramme gesehen, also beispielsweise Spitzensteuersatz ist gesenkt worden von 53 auf 42 Prozent, die Abschaffsteuer ist faktisch abgeschafft worden, Vermögensteuer gibt es auch nicht mehr und die Kapitalertragssteuer, um nur ein paar von diesen Hausnummern zu nennen ist, für die Reichen, muss man ja letztlich sagen, auf 25 Prozent gesenkt worden. Das hat sehr viel Geld gekostet, allein auch nochmal eine Hausnummer, die Rot-Grün, Sie haben da ja neue Studien gemacht, die habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen, die alte, die ich kenne, war, dass die Rot-Grün-Steuerreformen allein 60 Milliarden Euro im Jahr gekostet haben, das heißt, es fehlt jedes Jahr und es ist nicht einmalig, jedes Jahr fehlen wieder 60 Milliarden. Da muss man sich nicht wundern, dass, wenn man die Steuern erst denkt, dann die Staatsverschuldung hochgeht. Interessanterweise, genau die Konservativen, die immer gegen die Staatsverschuldung sind, sind aber gleichzeitig immer für die Steuersenkung. Das ist natürlich ein gewisses Paradox. So, was man natürlich klar haben muss ist, und das trifft also vor allen Dingen dieses Steuerproblem, Staatsschulden bedeuten strukturell eine Umverteilung von unten nach oben. Denn Sie haben ja sicher den Armuts- und Reichtumsbericht alle zur Kenntnis genommen und da stellen Sie ja fest, dass die unteren 50 Prozent haben überhaupt kein Vermögen, null. Die sitzen auf einem Prozent Volksvermögen und die obersten 10 Milliardäre, die reichsten 10 Milliardäre haben schon mehr Geld als die gesamte untere Hälfte. So, und die obersten 10 Prozent, genau weiß man es nicht, haben wahrscheinlich schon über 60 Prozent des Volksvermögens. Das heißt, wenn man sich jetzt mal fragt, Schulden bedeuten ja, dass jemand das Geld dem Staat leihen muss. Wo kommt dieses Geld wohl her? Natürlich wahrscheinlich von den obersten 10 Prozent. Und die kassieren natürlich dafür Zinsen, dass sie dem Staat das Geld leihen. Das heißt, aber diese Zinsen werden natürlich von allen bezahlt. Das heißt, über diesen Zinsmechanismus ist es dann so, dass von unten nach oben umverteilt wird. Deswegen bin ich jetzt auch nicht ein unbedingter Fan der Schulden. Aber wie gesagt, wenn man sie vermeiden will, muss man die Steuern für die Privilegierten erhöhen. Schulden kann man nicht vermeiden in der Krise. Und dann komme ich noch auf ein drittes Thema, das wirklich, und damit höre ich dann auch auf, total unterbelichtet ist. Und das ist die sogenannte Salbenmechanik. Das ist der technische Ausdruck dafür. Was macht man in einer Volkswirtschaft, wo die Privathaushalte alle sparen, in der Summe, die Unternehmen alle sparen? Das heißt, es schwirrt ein Riesensparkapital rum, das sich nicht in Verbrauch umsetzt, was nichts anderes bedeutet, als dass eigentlich der Verbrauch der gesamten Volkswirtschaft zu gering ist. Und wenn sowohl der Unternehmenssektor wie auch der Privatsektor sparen, dann muss eigentlich der Staat reingehen und diese überschüssige Kaufkraft selber verwenden. So, also das muss einem eigentlich auch klar sein. Wenn man nicht will, dass der Staat Schulden macht, dann muss man eigentlich verlangen, dass die Unternehmen Schulden machen. Unternehmen machen dann Schulden, wenn sie hoch besteuert werden. Was nicht geht, ist diese konservative Idee, man senkt die Unternehmenssteuern, sodass die ganz viel Gewinn machen. Und dann stellt man sich auch noch vor, dass der Staat ohne Schulden auskommt. Denn irgendjemand muss ja sozusagen für die Kaufkraft in der Wirtschaft sorgen. Das war es. Ja, das war umfangreicher, als ich mir das eigentlich gewünscht hätte, weil in der Tat, das war jetzt mal eine dritte Frage an den Kollegen Hild. Weil ich auch gesehen habe, dass viele, wenn so makroökonomische Erklärungen kommen, sagen, die lassen sich irgendwie was Tolles einfallen, dass Schulden nur nötig sind, weil und wie auch immer. Aber deswegen, wie schon gesagt, einfach nochmal auch an den Thorsten Hild die Frage, Schulden, Sparen, Investitionen, wie sind sozusagen aus einer keynesianischen, volkswirtschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Sicht, wie sind die Zusammenhänge und warum muss dann möglicherweise eben auch eine bestimmte Staatsverschuldung sein, wenn man Krise verhindern will. Ja, also Ulrike Herrmann hat ja schon auf die Saldenmechanik angesprochen, die man vielleicht einem Nichtvolkswirt ganz einfach erklären kann, dass die Ausgabenüberschüsse des einen die Einnahmendefizite des anderen sind. Und nun müssen wir der Bundesregierung fast, ich versuche das nochmal ein bisschen, ich versuche das eben nochmal ein bisschen auszuführen, weil wir müssen, der Bundesregierung hat uns letztes Jahr, ebenso wie die Bundesregierung, die anders zusammengesetzte Bundesregierung 2007, eine Situation beschert, aufgrund derer wir uns im Grunde genommen auch fragen müssen, warum diskutieren wir eigentlich so stark die Schulden, weil im letzten Jahr haben alle Sektoren der Volkswirtschaft, das sind eben der Staat, die Unternehmen und die privaten Haushalte, hatten alle Überschüsse erzielt, auch der Staatshaushalt, nach den Finanzierungsseiten. Wir hatten diese Situation unmittelbar vor der Finanzkrise 2007 schon mal, da hat es die große Koalition auch schon mal geschafft. Da war der heutige Kanzlerkandidat der SPD noch Finanzminister und sicherlich auch so stolz darauf wie Wolfgang Schäuble im vergangenen Jahr. Das Problem ist, wenn alle diese Sektoren Überschüsse bilden, bleibt nur noch, damit die Rechnung aufgeht, bleibt nur noch ein Kandidat, der uns das alles finanziert. Und das ist das Ausland. Und in der Tat ist es so, dass das Statistische Bundesamt, das diese Finanzierungsseiten ausweist, bis aufs Komma genau natürlich das Ausland sich entsprechend verschuldet hat, um unsere Überschüsse zu finanzieren. Ich könnte es auch zugespitzt sagen, damit unsere Wirtschaft überhaupt gelaufen ist, das wäre halt nicht möglich gewesen, wenn das Ausland nicht gewesen wäre, weil wir haben alle gespart, wir haben alle mehr eingenommen als ausgegeben. In so einer Situation müsste an sich, wenn das Ausland jetzt nicht da wäre, müsste die Wirtschaft von einem Moment auf den anderen zum Stillstand kommen. Beziehungsweise könnten die anderen die Überschüsse gar nicht bilden, weil es setzt zwingend voraus, dass jemand anderes sich dafür verschuldet. Eine Schuld setzt eben immer auch einen Überschuss voraus und umgekehrt. Das wird ja häufig übersehen. Und daraus ergeben sich natürlich eine ganze Menge Schlussfolgerungen, auch auf die Euro-Krise. Warum können wir Überschüsse bilden? Beziehungsweise was setzt es voraus, dass Deutschland sozusagen, wie häufig gesagt wird, die Insel der Seligen ist? Oder Schäuble sagt, jeder kehrt vor seiner eigenen Tür. Wenn das Ausland vor seiner eigenen Tür gekehrt hätte, hätte Deutschland nicht diese Überschüsse, hätte Deutschland auch keine Leistungsbilanzüberschüsse realisieren können. Ich möchte noch eine Sache dazu ergänzen. Es ist nicht so, der Bundeshaushalt, wir haben nur einen Plus gemacht in Deutschland im vergangenen Jahr, weil die Sozialversicherungen das Plus gemacht haben. Herr Schäuble hat noch einen Minus gemacht. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Dann haben wir, um auf Frau Herrmann zu kommen, haben wir Rekordsteuereinnahmen, obwohl die Steuerreform ja war. Also wir haben Rekordsteuereinnahmen und haben trotzdem noch einen, ja gut. Wenn Sie das bereinigen, dann ist von Ihrem Rekord nichts verüblich. Ja, aber Sie haben gesagt, 60 Milliarden, aber so hoch war die Inflation jetzt auch nicht, dass Sie 60 Milliarden waren. Also wir haben Rekordsteuereinnahmen und machen trotzdem noch einen Minus. Und da fragt man sich schon, ob der Staat nicht mit dem auch mal auskommt, was er bekommt. Und die Frage müsste man dazu auch noch stellen. Also ich wäre jetzt nicht ganz so freudig, was die Schuld, und ich bin vielleicht auch falsch verstanden, weil ich habe nicht gesagt, Schulden machen ist gut. Schulden machen ist per se, finde ich erst mal eine Sache, man versucht Konsum aus der Zukunft in die Gegenwart zu transferieren. Das ist so, als ob ich Öl im Boden habe und das hole ich halt drauf und dann ist es weg. Und so ist es auch so ein bisschen bei Schulden, dass man eben die zukünftigen Ausgaben in die Gegenwart transferiert und dann hat man sie eben nicht mehr. Nur man muss halt einen Unterschied machen zwischen den Schulden, die eingesetzt werden wollen, auch wenn man das Öl jetzt nähme und jetzt was daraus baut, dass man nochmal eine Rendite bekommt und dem, was einfach nur weg ist. Insofern, den Unterschied wollte ich vielleicht schon nochmal sagen. So, jetzt gebe ich zurück. Moment, ich bin ja auf jeden Fall überrascht, dass ein Journalist der Welt sozusagen kein Problem hat, dass man mit Schulden sozusagen Investitionen entsprechend tätigt. Wenn man Schulden macht, dann sollte man wenigstens dafür... Ich muss jetzt doch mal... Also so haben wir uns das natürlich nicht vorgestellt. Also wir sind zwar nicht besonders geübt in der Rolle als Moderatoren, Moderatorinnen, weil normal werden wir auch meistens ausgefragt und es ist natürlich auch schön, wenn es lebendig wird, aber wir wollen jetzt trotzdem mal den Anfängen wehren und gucken, dass sich das nicht ganz verselbstständigt. Und ich wollte eigentlich auch nicht, Herr Zschäpitz, dass Sie jetzt immer in der Rolle sind. Wir stellen Fragen. Sie dürfen zuerst und dann dürfen die anderen beiden das wieder gerade rücken. Aber ich würde trotzdem doch nochmal gerne nachhaken oder nochmal mit den Rekordsteuereinnahmen, vielleicht kommen wir ja nochmal Richtung Ende, wenn es um die Handlungsfähigkeit des Staates, wir haben uns ja bestimmte Blöcke vorgestellt, haben wir Ihnen ja auch zukommen lassen. Ich würde trotzdem nochmal im Lichte dessen, was Herr Hild und Frau Herrmann gerade gesagt haben, darauf zurückkommen, was Sie am Anfang gesagt haben, nämlich, dass es ja schon Unterschiede gibt in der Schuldenquote. Klar, Griechenland hat eine deutlich höhere Schuldenquote als Deutschland. Wir sind im Moment Richtung Musterschüler. Alle beneiden uns. Klar, der nahezu ausgeglichene Haushalt, der liegt an den Sozialversicherungen. Aber es ist ja trotzdem so, dass wir insgesamt verhältnismäßig gut dastehen und in Griechenland es offensichtlich nicht so gut klappt. Woran liegt das denn? Sparen die denn nicht genug? Also warum, die sind ja nun doch seit Jahren schon fast unter Beobachtung der Troika. Sie halten sich ja auch durchaus an die Memoranden. Das zweifelt ja niemand so richtig an. Aber nichtsdestotrotz steigt die Schuldenquotze und steigt. Woran liegt das denn? Das ist relativ einfach, weil die Wirtschaft schneller schrumpft, als die Schulden reduziert werden. Und da das ja immer ein Verhältnis ist, Schulden zu Wirtschaft, Wirtschaftsquote, und wenn die Wirtschaft eben schneller schrumpft, dann, jetzt werden Sie natürlich sagen, großartig, das wollte ich ja schon immer haben, das Sparen ist das Böse. Aber im Fall von Griechenland, da sind wir schon wieder bei einem anderen Thema, Griechenland, ist eben in die Eurozone kommen als Land, was eben diese Bedingungen einer harten Währung eben nicht, also eigentlich für diese Art von Währung nicht geschaffen war. Also man hat, das Land ist halt reingekommen, das macht man an der Wettbewerbsfähigkeit fest, dass Sie einfach, wenn Sie sich vorher angucken, bevor Griechenland in die Euro gekommen ist, ist die Währung ja relativ regelmäßig abgewertet worden. Das ist ja bei Spanien nicht anders gewesen, das ist ja Italien gewesen, selbst in Frankreich ist es so gewesen. Und die Idee ist ja gewesen, jetzt bringt man Sie alle zusammen unter diesen Euro und dann werden Sie alle sich am Riemen reißen und werden alle wettbewerbsfähig werden und werden alle konvergieren und das wird ein erfolgreiches Modell. Und was ist passiert am Anfang, als dann alle in den Euro gekommen sind? Die Zinsen haben sich alle angeglichen. Also das hat schon mal funktioniert, da war die Konvergenz da, also Griechenland oder Portugal oder Spanien oder Italien, die wesentlich höhere Zinsen zahlen mussten, mussten das nicht mehr, weil jetzt ja dieses Problem der Abwertung nicht mehr bestand und wenn Sie keine Abwertung mehr haben und Sie sicher sind, dass es eben ein Euro ist, dann haben Sie eben dieses Risiko nicht mehr und das wurde eben ausgepreist, dann mussten Sie also keine höheren Zinsen mehr zahlen. Und jetzt hätte man ja sagen können, okay, diesen Riesenvorteil, diesen Finanzierungsvorteil, den es gab, den nutzen wir auch dafür, um die Schulden abzubauen oder um Reformen anzukurbeln und es ist aber nicht passiert. Was ist stattdessen passiert? In Spanien haben wir ja mit diesen günstigen Zinsen einen wahnsinnigen Immobilienhyp gemacht, in Irland gab es auch Immobilien und Banken, ich weiß noch, Irland hat damit geworben, wir sind ja super Bankenplatz, wir haben ganz geringe Regulierung. Die beiden Länder, Spanien und Irland, die haben doch sinkende Schuldenquoten gehabt. Ja, das fühlt sich, das hat ja auch funktioniert am Anfang, das war ja auch ein Riesenboom, in Spanien wurden ja Häuser gebaut, da fahren Sie jetzt hin, gucken Sie es an und das hat natürlich auch Steuern erbracht und Sie haben, jeder zweite junge Mensch war in der Bauwirtschaft beschäftigt, die haben auch Steuern bezahlt, natürlich hat das funktioniert und in Irland war es so, es sind alle Banken hingegangen und es ist auch ein Riesenboom passiert, dann kriegen Sie Steuereinnahmen und das funktioniert, aber wenn Sie dann mal schauen, jenseits des Booms, es ist eben nichts passiert und in Griechenland war noch nicht mal so ein richtiger Boom, die haben halt die Zahlen ein bisschen frisiert, haben eben mit den günstigeren Zinsen auch, aber die haben gar nichts gemacht, da war irgendwie so nichts. Und, und, Sie können sich ja gleich, aber wir haben eben festgestellt, dass die Staaten dieses günstigere Klima nicht dafür genutzt haben, um eben sich fit zu machen auf diese stärkere Währung und als dann irgendwann die Finanzkrise kam, ist das Ganze eben, dann hat man eben mal genauer hingeguckt, dann kam Griechenland, es war im Oktober 2009 und hat gesagt, oh, wir haben leider doch mehr Schulden gemacht und dann brach das Ganze eben los. Danke. Also Herr Hild, dass Sie schon ganz aufgeregt zuppeln. Nein, nicht aufgeregt. Die Interpretation ist jetzt, dass die Länder praktisch die günstige Situation der Zinsen ausgenutzt haben, ökonomisch unvernünftig gehandelt haben und deswegen sind sie alle in diese Situation geschlittert. Also die Länder sind am Ende doch schuld, die eine entsprechend hohe Schuldenquote haben, die sind schuld, weil sie sich ökonomisch nicht angemessen verhalten haben in der neuen Situation. Also ich habe mir jetzt gerade nochmal, jetzt gar nicht wegen dieser Veranstaltung, sondern generell, man muss sich ja einfach immer selber wieder der Daten versichern, sozusagen, wie waren denn eigentlich die Entwicklungen vor der Eurokrise? Ja, und dann habe ich mir eben beispielsweise, weil jetzt gerade im Rahmen der Agenda ja auch nochmal richtig gefeiert wurde von denen, die davon nicht betroffen waren und dann guckt man sich eben auch nochmal die Anlageinvestitionen an. Ja, auch Ausrüstungsinvestitionen, Bruttoanlageinvestitionen, was haben die einzelnen Länder investiert? Ja, weil in den Investitionen stecken eben auch letztendlich Produktivitätsvorschritte, die den Wohlstand der Gesellschaft auch in Zukunft finanzieren. Ja, und da ist es eben so, da hat Griechenland sehr ordentlich investiert und Griechenland hat ja nicht nur in Häuser investiert, die haben auch schon in vernünftigen Infrastruktur, in Hafenanlagen und was weiß ich alles finanziert und sie haben halt ordentliche Investitionsquoten. Die einzigen, wirklich die, auch im Vergleich mit den USA, mit Japan, also über Europa hinaus, die wirklich extrem schlechte Investitionen hatten, das war Deutschland. Ja, und dann muss man natürlich, also wirklich, also auch teilweise über weite Zeiträume negative Investitionen, ja, trotz dieses ganzen wirtschaftspolitischen Umfeldes, das Frau Herrmann jetzt vorhin skizziert hat, ja, also niedrige Unternehmen, Steuern und so weiter. Und was man einfach bei dieser Währungsunion ein ganz zentraler Punkt ist, der eben immer wieder unter den Tisch fällt, ist natürlich, natürlich sind die Länder auf irgendeine Art und Weise, haben sie einen Anfang geschafft und sind in diese Währungsunion reingegangen. Wenn man sich die Inflationsraten, die ja die Wettbewerbsfähigkeit bestimmen, untereinander anguckt, spricht sehr viel dafür, dass Deutschland unterbewertet schon in die Eurozone hineingegangen ist. Und dann, ja, das ist so. Ja, das ist, das muss, ich weiß nicht, ob Sie sich mal die, 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 was Sie jetzt zum Beispiel auch wieder, wie auch andere, auch Ökonomen immer wieder unter den Tisch fallen lassen, womit steht und fällt eine Währungsunion? Und das ist natürlich, wenn Sie das Wort Wettbewerbsfähigkeit sagen, Wettbewerbsfähigkeit ist was Relatives. Und wenn man sich auf eine Währungsunion einigt, muss man sich auf eine gemeinsame Inflationsrate einigen. Das haben die ja auch gemacht. Das sollte nahe unter zwei Prozent sein. Wenn ein Land aufgrund der heimischen Wirtschaftspolitik dauernd darunter liegt, dann gewinnt es natürlich eine Wettbewerbsfähigkeit. Das ist Deutschland. Das hat über, letztendlich seit 1999 das Inflationsziel fast fortlaufend durchgehend gebrochen. Es war deutlich, deutlich unter zwei Prozent und nicht nahe unter zwei Prozent. Nahe unter zwei Prozent, wenn ich selber eine Grafik mache, mache ich das immer betont konservativ, um nicht anzuecken, nehme 1,9 Prozent. Deutschland hat jetzt gerade im Februar 1,5 Prozent. Wir versuchen also, wir empfehlen den anderen Ländern wettbewerbsfähig zu werden. Die senken wie die Verrückten die Löhne, die Ausgaben, um an Deutschland heranzukommen. Und Deutschland bricht aktuell nach wie vor das Inflationsziel. Mit 1,5 Prozent liegen sie weit unter der Inflationsrate, die die EZB ursprünglich vorgegeben hat oder auch nach wie vor vorgibt. Und dann haben die Länder natürlich einfach, egal, trotz unterschiedlicher Wirtschaftsstrukturen, sind sie natürlich irgendwann nicht mehr preislich wettbewerbsfähig. Und dieser Punkt fällt natürlich unter den Tisch. Und ich weiß nicht, woran, ich habe noch nichts Überzeugendes gelesen, woran jetzt festgemacht wird, dass Griechenland überbewertet in die Währung reingegangen ist. Das können wir heute sicherlich auch nicht klären. Nur, wenn ich mir die Preisentwicklung Deutschlands angucke, vor dem Einstieg in die Währungsunion. Spricht in meinen Augen, das wäre wirklich auch mal eine Studie wert, vielleicht gibt es die auch, sehr viel dafür, dass Deutschland auch unterbewertet schon in die Währungsunion reingegangen ist. Ich habe nur mal die Arbeitslosenquoten hier. Frau Merkel geht ja auch mal mit so Trafiken rum. Und die hat immer die Lohnquoten, da läuft sie immer mit rum. Die helle Arbeitslosenquote ist Deutschland. Die helle. Und Sie sehen, die deutsche Quote ging am Anfang wahnsinnig hoch. Die in Europa ging runter. Und jetzt ist Deutschland runtergegangen und Europa geht wahnsinnig hoch. Also Sie sehen halt, was sagt es, dass wir am Anfang eben auch nicht so eine tolle Zeit hatten, weil alle sagten, Deutschland ist ja Profiteur seit Anfang der Währungsunion und es war nicht so. Wir haben am Anfang, hat Deutschland schlechte Wachstumszahlen gehabt, wir sehen auch hier, die Arbeitslosenquote ist bis auf nahe 12% hochgangen und dann ist sie eben durch Agenda 2010, jetzt werden Sie mich wahrscheinlich wieder gleich kehren, eben auch teilweise dadurch nach unten gegangen. Okay, also wir haben schon vorher... Zumindest sehen Sie, dass Arbeitslosigkeit etwas mit Konjunktur zu tun hat, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben vorher schon überlegt, ob es vielleicht ein Fehler ist, das Thema Schuldenkrise in Europa mit hier aufzurufen, aber es ist natürlich ein wichtiges Thema, aber ich würde vielleicht trotzdem einfach, weil da jetzt viel die Rede davon war, Ulrike Herrmann fragen, ob ich die einfache Frage stellen darf, was ist denn Wettbewerbsfähigkeit? Naja, das ist schon so, wie Herr Hild das dargestellt hat, der schnellste Weg, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern in einer Währungsunion ist natürlich, wenn man seine Lohnstückkosten senkt, das heißt Lohndumping betreibt und genau das hat Deutschland gemacht. Und das kann man ja sehen, an jeder Stadt kann man ja genau sehen und das finde ich ist aus meiner Sicht das wirklich Gefährliche. Deutschland hat die Löhne sogar unter jene von Frankreich gesenkt und damit würde ich gerne mal die Debatte um die Euro-Krise verbreitern. Ich meine, wir konzentrieren uns immer auf Griechenland, Zypern, Irland, Spanien, weil das eben Länder sind, die objektiv komplett oder teilweise überschuldet sind. An diesen Ländern wird aber die Eurozone nicht zerbrechen, sondern entscheidend ist, was passiert in den beiden anderen großen Ländern Frankreich und Italien, die beide nicht überschuldet sind, aber in Schwierigkeiten geraten sind, dadurch, dass Deutschland auf der Lohnebene sie permanent seit zehn Jahren unterboten hat. Und was passiert ist nämlich, dass Deutschland erst Italien und dann Frankreich aus dem Euro drängen wird und dann ist natürlich die Eurozone rein überflüssig. Und bei Italien wird sich das ja demnächst entscheiden, weil die italienischen Wähler völlig zu Recht aus meiner Sicht, man muss jetzt nicht über Berlusconi diskutieren, was das für ein, ob da jetzt als Politiker eine große Bereicherung ist, aber was sich da ja ausgedrückt hat, ob die jetzt Griglio gewählt haben oder Berlusconi, war ja die Wahrnehmung der Italiener, dass das irgendwie nichts bringt mit diesem Sparkurs, womit sie absolut Recht haben und da wird Deutschland aufpassen müssen, dass Italien nicht demnächst verloren geht und wenn Italien weg ist und Italien könnte sich einen Ausstieg aus der Eurozone leisten, ohne den totalen Kollaps zu erleben, dann ist die Eurozone tot. Gut, wir werden also deswegen meine Prognose noch erleben, dass Angela Merkel alles tut, um die Italiener im Euro zu halten. Also von Austerität wird man da nicht mehr lange was hören. Jetzt würde ich noch mal gerne was sagen zu dem Thema, was Herr Schäfels auch angesprochen hat, wie erklärt man sich die Arbeitslosenquote in Deutschland und der Euro-Eintritt und so weiter, da will ich gar nicht auf irgendwelche Details eingehen, aber eins sollte einem ganz klar sein, die Tatsache, dass zwei Sachen gleichzeitig passieren, meinetwegen, dass die Arbeitslosenquote hochgeht und dass wir in den Euro eingetreten sind, heißt nicht, dass diese beiden Ereignisse kausal miteinander korreliert sind. Alles, was man dazu sagen kann, ist, dass es offenbar gleichzeitig passiert ist, aber nicht alles, was gleichzeitig passiert, ist auch kausal miteinander verbunden. Und ich würde das eben bestreiten, aber ohne jetzt weiter da in die Tiefe zu gehen. Was noch wichtig ist, finde ich, wenn man sich jetzt die Euro-Krise anguckt, ist, dass vor allen Dingen, was Spanien und Irland anging, es ein bisschen unfair ist, denen jetzt zu sagen, wisst ihr was, ihr habt alles falsch gemacht. Weil bis zum Ausbruch der Euro-Krise waren das ja die Musterschüler Europas. Es gibt Tonnen von Studien von der EZB und von der OECD und von der EU-Kommission, wo immer drin steht, dass Spanien und Irland alles richtig machen. Das heißt, jetzt zu kommen und zu sagen, wisst ihr was, das hätte ich aber ahnen müssen, dass das im Desaster endet, ist so ein bisschen fies. Sondern stattdessen wurde Irland ja als Beispiel dafür dargestellt, dass auch Deutschland seine Finanzmärkte deregulieren muss. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese unglaubliche Diskussion erinnern, die ungefähr 2005 hier stattgefunden hat, ob wir auch diese REITs machen, also so Immobilienfonds auf Aktienbasis, wurden dann auch eingeführt, aber dann kaum hatte man sie eingeführt, kam ja schon die Finanzkrise. Deswegen haben die dann hier keinen weiteren Schaden mehr hinterlassen können. Aber das war ja so ungefähr die Debatte. Ich meine, die Hypo Real Estate hat doch auch nur Deppha gekauft, weil das irgendwie schick war, was in Irland zu haben. Fanden alle super. Also ich meine, dieser Herr Funke, der ja jetzt die HAE da, also den Steuerzahler mindestens 10 Milliarden Euro gekostet hat, wahrscheinlich 20 am Ende des Tages, war ja Manager des Jahres. Also deswegen, ja, noch ein Jahr vorher. Also das finde ich so ein bisschen quatschig, dann immer so zu tun, als hätten die Armen ihren das ahnen müssen, worauf das zuläuft. Sondern, ja gut, aber jetzt höre ich erst mal auf. Ja, so sehr mich das jetzt reizen würde, bei der HRE weiterzumachen und auch bei der Frage Lohn-Stückkost. Aber unser Augenmerk heute soll ja insbesondere die Frage Sparpolitik, öffentliche Sparpolitik sein. Und deswegen nochmal vielleicht auch Ihnen eine Gelegenheit, Herr Zschäpitz, zu dem, was gerade gesagt worden ist, aber nochmal zugespitzt jetzt die Fragestellung. Als die Euro-Krise losging, wurde sofort von PIX-Staaten geredet. Also mal abgesehen, dass wir da natürlich mit eben auch Schweine gemeint waren irgendwie. Also Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Spanien. Und Sie haben, glaube ich, selber ja eben auch schon gesagt, die Ursachen in diesen Ländern waren völlig unterschiedlich. Man kann vielleicht darüber streiten, ob in Griechenland in der Tat, vor allen Dingen aber auch wegen mangelnder Einnahmen, eine sehr wenig nachhaltige Haushaltspolitik gemacht worden ist. In Spanien, in Irland war Haushaltspolitik überhaupt kein Problem. In Italien haben wir immer schon einen Schuldenstand von über 100 Prozent, war aber auch kein wirkliches Problem. Und trotzdem ist jetzt nicht gesagt worden, wir gehen auch, was Rettungsmaßnahmen angeht, gehen wir eine Maßnahme Land für Land durch und versuchen irgendwas zu machen. Sondern es ist von vornherein gesagt worden, wenn ihr unter den Rettungsschirmen wollt, müsst ihr eine rigorose Austerität, eine rigorose Kürzungspolitik machen, sonst kommt ihr an das Geld nicht ran. Und das, obwohl diese Länder eigentlich, was die Haushaltsführung angeht, gar keine Probleme hatten. Und das ist für mich sozusagen die Frage, warum dann nach deutscher Schuldenbremse praktisch bis zum Fiskalpakt, das eben über diese Bankenkrise und Finanzmarktkrise so durchgeschoben worden ist, dass wir jetzt sozusagen europaweit eine Austeritätspolitik haben, die es im Prinzip überhaupt nicht mehr den Ländern möglich macht, aus Krise wieder herauszukommen und auch herauszuwachsen. Würden Sie das auch so als Gefahr sehen oder eher nicht? Ein positives Beispiel, was man nennen kann, ist Irland. Irland hat ja in dieser Woche sogar wieder eine Anleihe platzieren können, die mit einem Zins ausgestattet war, der wesentlich niedriger war als von Portugal oder Italien. Also Irland hat ja gezeigt, dass man, wenn man das Volk auch hinter sich bringt und wenn man eine kluge Sparpolitik betreibt, die haben ungefähr 5% ihres Bruttoinlandsprodukts an Haushaltseinsparungen gemacht, dass man dann auch wieder aus der Krise rauskommen kann. Das hat Irland sehr gut gezeigt. Was Griechenland gezeigt hat, in Griechenland hat man einfach nur gespart und hat aber keine Reformen gemacht. Man hat einfach nur die Wohlhabende hat man auch noch verschont dabei, man hat einfach den kleinen Leuten das Geld weggenommen, hat aber überhaupt keine Perspektive gezeigt und hat das Volk nicht mitgenommen, hat keine Reformen gemacht und dann bricht natürlich der ganze Laden zusammen und man hat dann noch nicht mal die Vorteile von der Reformpolitik. Natürlich funktioniert dummes Sparen, funktioniert natürlich nicht, das würde ich auch niemandem sagen. Nur man muss ja auch wieder das Vertrauen der Märkte bekommen, muss ja auch das Vertrauen der Leute bekommen und das war, wenn wir uns erinnern, ein gutes Beispiel ist Amerika. Da wurde ja in den 70er Jahren eine Inflationspolitik gemacht und da musste dann Herr Volker kommen und musste einen Zins festlegen von prohibitiven 18 bis 20 Prozent, um eben diese Inflationserwartungen zu brechen und dann hat ja auch Amerika einmal durch die Krise gejagt, die hatten eine Monsterrezession Anfang der 80er Jahre, danach war aber diese Inflation weg und die Leute hatten dann ein ganz anderes Setting im Kopf und genau das, Nein, es geht um Vertrauen schaffen, es geht um Vertrauen schaffen und wenn man jetzt das Vertrauen an den Märkten nicht mehr hat und wenn die Leute einem kein Geld mehr geben, wer würde denn freiwillig jemandem Griechenland Geld geben? Ich finde es immer so faszinierend, dass alle immer sagen, oh Mann, die dürfen nicht sparen, aber würde von Ihnen jemandem Griechenland Geld geben? Keiner würde das wahrscheinlich machen. Oder Spanien für zehn Jahre? Ich würde sagen, das wird keiner machen, sehen Sie. Und da muss man eben auch wieder Vertrauen zurückgewinnen. Da muss man am Anfang eben auch eine Sparpolitik machen, die muss man koppeln mit einer Reformpolitik und wenn man das klug macht, das hat Irland vorgemacht, und auch das Volk mitnimmt und nicht wieder zockert und sagt, oh, jetzt müssen wir doch wieder anders machen und doch wieder, dann kann man auch wieder Vertrauen bekommen und kann dann auch wieder normal weiterwirtschaften. Und je schlimmer man im Vorfeld eben oder je mehr Vertrauen man am Anfang zerstört hat, umso härter muss es eben auch mal ausfallen. Dann hat man eben eine kurze Zeit von Rezumierung, Rezession und auch von Anpassung und dann geht es aber weiter. Und das ist eben die Idee. Aber was wir jetzt erleben in Italien oder in Griechenland, ich habe irgendwann mal den Notenbankchef eines baltischen Landes getroffen und der hat gesagt, die haben ja selbst auch eine Riesen, die haben ja auch einmal monstermäßig gespart und die sind auch wieder rausgekommen. Und ich meine, unter dem Niveau, ja, aber sie haben trotzdem die Wende geschafft. Island hat auch die Wende geschafft. Und der hat mir mal gesagt, ich kann nicht verstehen, warum, wenn man dem Hund den Schwanz abschneidet, das immer so stückchenweise macht und warum er nicht einmal Hack macht, dann ist er ab und dann geht es. Und genau das haben die Iren eben gut gemacht. Die haben relativ schnell gesagt, okay, Rums, wir machen das, haben Vertrauen zurückgewonnen und fertig. Und in allen anderen Ländern, jetzt geht es so, in Frankreich, oh, Italien, oh, wollen wir nicht und wollen wir nicht sparen. Und wenn sie einmal gespart haben und eigentlich schon einen guten Weg haben und dann sagen sie wieder, oh, nee, jetzt können wir doch nicht mehr sparen, dann haben sie die ganze, der ganze Aufwand war umsonst. Das Vertrauen haben sie nicht gewonnen und so wird man da nie rauskommen. Deswegen bin ich immer ein Anhänger davon, zu sagen, okay, einmal eine Anpassungskrise, die ist nicht schön, aber nach zwei Jahren kann man eben auch sehen, das ist wie so ein Hockeystick. Das geht eben erst runter und dann geht es aber auch wieder hoch. Das ist eben das irische Beispiel. Und insofern... Das, jetzt muss ich mal eingreifen. Das ist... Beide sind ganz nahe. Aber die Damen sind immer zuerst. Und trotz immer... Trotz immer zuerst. Ich finde das einfach nicht richtig, immer Irland anzuführen, weil Irland im Unterschied zu den anderen Ländern hat eben eine starke Exportwirtschaft. Diese Exportwirtschaft ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ist in Irland, weil Irland eine Steueroase ist und auf Unternehmen nur 12,5 Prozent Körperschaftsteuer verlangt. Das heißt, deswegen sitzt da Google, sitzt da Dell. Das heißt, alle amerikanischen... Oder sagen wir mal so, sehr viele amerikanische Firmen sind nach Irland umgezogen, weil es dort einen Steuersatz gibt, den es sonst in der EU nicht gibt. So, diese Exportfirmen produzieren natürlich weiter, auch wenn es eine Euro-Krise gibt in Irland, die durch einen Immobilienboom ausgelöst worden ist. Die Binnenwirtschaft in Irland liegt aber am Boden durch die Sparpolitik. Diese Exportindustrie kann man ja schön finden, dass Irland sie hat, aber es sollte einem klar sein, dass es so läuft, dass die gesamte Eurozone sozusagen die Rettung für Irland finanziert mit unseren Steuergeldern und praktisch damit eine Steueroase subventioniert. So, das... Jetzt hat bisher noch keiner verlangt, wirklich, dass Irland seine Steuerpolitik ändert, weil ja klar ist, dass dann die Krise zurückkommt. Aber zu sagen, dass die Iren sich sozusagen aus der Krise rausgespart hätten, ist Quatsch, sondern sie leben von ihrer Exportindustrie, die, wie gesagt, durch Steuervergünstigungen da überhaupt angelockt wurde. Das kann aber auch keinesfalls sozusagen die Lösung für die gesamte Eurozone sein. Ja, damit ist im Grunde genommen schon fast alles Wesentliche sozusagen entgegnet. Ich weiß nicht, in dem Punkt lohnt es sich auch noch mal auf die Dokumentation von dem Tagesspiegel-Journalisten Harald Schumann hinzuweisen. Wahrscheinlich macht kein Film deutlicher, dass Irland, die irische Regierung mit Sicherheit nicht das Volk hinter sich hat, was unter anderem daran liegen dürfte, dass die Binnenwirtschaft eben so am Boden liegt, wie es Frau Herrmann beschrieben hat. Und es ist halt ein Extrem. Irland hat eine Exportquote von über 100 Prozent, was darauf... über 100 Prozent des Sozialprodukts, was eben auf der Wirtschaftsstruktur basiert, die Frau Herrmann gerade skizziert hat. Das Problem ist, wie soll das denn eigentlich funktionieren, wenn alle Länder, auch die großen Volkswirtschaften, Exportüberschüsse, wer soll das denn abnehmen? Ja, es wird nicht anders gehen, es geht sowieso nicht durch Ausgabenkürzungen, das ist noch mal ein anderes Thema, aber wie soll es funktionieren, wenn nicht irgendwo ein Markt ist, der sich entsprechend verschuldet? Ja, weil der Exportüberschuss des einen ist natürlich sozusagen das Außenhandelsdefizit des anderen. Ja, und so anders sind ja auch die Exportüberschüsse Deutschlands nicht zu realisieren. Ja, also selbst das, wenn man in dieser Richtung argumentieren würde, würde das implizit voraussetzen, dass Deutschland seine Exportüberschüsse abbaut. Ja, darauf tendiert aber Deutschland überhaupt nicht hin, weder Realita, man sieht es jetzt an der Inflationsrate von 1,5 Prozent, damit unterbieten wir ja sozusagen nochmal wiederum, wie vorhin beschrieben, das Inflationsziel der EZB. Und jetzt werden schon wieder die ersten Diskussionen über die Bazaar-Ökonomie angestoßen, vor lauter Angst, dass jetzt Deutschland doch mal ein Defizitverfahren bei der EU kriegt. Das ist alles überhaupt nicht in sich schlüssig, dieses Ganze, wie die Euro-Krise aufgezogen wird von den Verantwortlichen. Und es kann auch keiner schlüssig erklären, wie man durch Ausgabenkürzungen aus der Krise finden soll. Ausgaben, man kommt immer nur aus einer Krise, man kriegt Wirtschaftswachstum, nur wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt. Momentan versuchen alle, weniger auszugeben, als sie einnehmen. Und um nochmal einen Aspekt durchaus konservativ zu benennen, wenn man die Maastricht-Kriterien, um nochmal den Zusammenhang nochmal herauszustellen, wenn man die Maastricht-Kriterien, die ja 3% Defizitquote und 60% Schulden am BIP dürfen die Länder haben, wenn man nur dieses Ziel, von dem alle weit entfernt sind, auch Deutschland, und das ist ganz unabhängig davon, ob man dieses Ziel nun schön oder sinnvoll oder richtig findet, das ist erstmal ganz egal. Es kommt erstmal auf die Logik an. Es impliziert ein Wirtschaftswachstum von nominal 5%. Dieses Wirtschaftswachstum erreicht momentan aber keiner. Und wir werden niemals von den Schulden runterkommen ohne Wirtschaftswachstum. Da kann man sagen, Wirtschaftswachstum kann man kritisch sehen, aber das wäre eine andere Diskussion. Wirtschaftswachstum kann auch ökologisch ausgerichtet sein, aber ohne Wachstum geht es nicht. Wachstum wiederum bekomme ich nicht, ohne dass ich mehr ausgebe, als ich einnehme. Und vor dem Hintergrund, um jetzt hier nochmal nicht vorzugreifen, aber ich habe gerade so gehört, dass das Thema eh umschwenken soll. Aber hier taucht noch, wir haben ja vorher so ein bisschen so ein paar Themeninputs gekriegt und dann taucht da der DGB-Wachstums- oder Marshallplan auf. Ich sage es jetzt mal zugespitzt, das ist vor dem Hintergrund, was derzeit nicht stattfindet, wirklich TINIF. Wenn ich jetzt massiv, im Grunde genommen kann eine Lösung nur darin liegen, dass ich sozusagen per Saldo nicht mehr kürze, dieser DGB-Marshallplan. ist in dem Sinne dann ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn gleichzeitig mehr, ich bleibe nochmal in den Kategorien von Einnahmen und Ausgaben, viel mehr eingenommen wird, als ausgegeben. Wenn dann dadurch ein Stück weniger mehr eingenommen wird, als ausgegeben, kommt man damit noch lange nicht aus der Krise. So ein Marshallplan macht Sinn, wenn ich das Konzept ändere, wenn ich merke, ich muss aus der Krise herauswachsen. Ein Sachverständiger hat vor zwei Jahren bei der Bundespressekonferenz des Sachverständigenrats oder der irgendwelche Wirtschaftsinstitute gesagt, es ist nun mal so, Griechenland muss sich aus der Krise herausschrumpfen. Das ist jetzt wortwörtlich zitiert von einem hochdotierten Wirtschaftswissenschaftler des Instituts in Halle. Ja, Griechenland muss sich aus der Krise herausschrumpfen. Das sagt ein ausgebildeter Ökonom in Deutschland. Jeder normale Mensch, man kann es wahrscheinlich jedem in der Kneipe erklären, dass ich einen Ausgabenüberschuss bilde. Also das heißt im Grunde genommen auch Verschuldung. Ja, ich komme nicht durch Abbau von Schulden aus der Krise, sondern im Grunde genommen muss jemand mehr ausgeben, als er einnimmt. Diese Logik kann man jetzt nicht, im Grunde genommen müsste man ständig wiederholen, im Grunde genommen müsste man ständig sagen, wenn man jetzt hier die Frage gestellt bekommt, was ist eigentlich so schlimm an Schulden? Könnte man genauso fragen, was ist eigentlich so schlimm an Schuldenabbau? Ja, im Grunde genommen müssten die Politiker, ich bin jetzt ja hier in der Rolle eines Politikers. Wenn ich morgens immer die Interviews im Deutschlandfunk höre, zum Beispiel fragte jetzt gerade letzte Woche vor wenigen Tagen Friedbert Meurer, ein sicherlich kluher Moderator, fragte Otto Fricke, den Haushälter der FDP, ist das deutsche Haushaltsziel sozusagen ambitioniert genug? Auch wieder wörtlich zitiert. Man muss sich mal in Deutschland einen Journalist vorstellen, der sagt, ist das nicht zu ambitioniert? Passt das in die Landschaft, dass wir eine grassierende Massenarbeitslosigkeit haben, dass Deutschland ein Negativwachstum auch schon hat, dass die ganze Euro-Krise in der Rezession steht und wir geben immer noch weniger Geld aus. Diese Frage stellt aber keiner. Aber darum geht es natürlich, wir sind ja hier auch auf dem Medienkongress, was müssen eigentlich Journalisten mal fragen oder hinterfragen? Und wenn ich jetzt Politiker wäre, dann hätte ich dem Friedbert Meurer gesagt, Sie haben gerade die falsche Frage gestellt. So, also wenn Sie in der Kneipe Leute oder meinen, man kann in der Kneipe doch eigentlich jeden davon überzeugen, dann muss man wahrscheinlich manche ziemlich betrunken machen vorher, um sie überzeugen zu können. Ich springe jetzt auch nicht auf das Stöckchen Marschallplan auf, sondern wir, obwohl ich glaube, dass da was vielleicht doch ein Missverständnis ist, aber das machen wir jetzt nicht. Der Schwenk ist schon angedeutet worden. Wir wollen gern, obwohl die Entwicklung in Deutschland natürlich maßgeblich daran hängt, was in Europa weiter passiert, wollen wir trotzdem mal Europa wegschieben und wirklich nach Deutschland gucken. Wir haben jetzt den Schuldenpakt, wir haben die Schuldenbremse und den Fiskalvertrag und wir sind ja auf richtig gutem Weg. Es läuft ja gut. Der Finanzminister ist zuversichtlich, dass wir den einhalten in nächster Zeit. Es gibt ein paar Berechnungen, die sagen, das läuft vielleicht doch nicht ganz so gut und es gibt ja auch so ein bisschen Widerstand von den Bundesländern. Also diese innerstaatliche Umsetzung des Gesetzes zur Umsetzung des Fiskalvertrags, das hängt ja. Da wehren sich ja einige Landesminister und Ministerinnen dagegen. Frau Herrmann, wenn Sie Hannelore Kraft wären oder Frau Kramp-Karrenbauer oder Frau Lieberknecht, was würden Sie denn machen an Ihrer Stelle? Ich glaube, ich würde darauf hinweisen, in was für einer katastrophalen Situation die Kommunen sind. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland jetzt im Geld, also es ist schon so, Deutschland schwimmt im Geld, aber keinesfalls der Staat. Und da, wo das Geld eigentlich gebraucht wird, nämlich bei den Kommunen, da fehlt es komplett. Was natürlich zu dramatischen, nicht nur zu einer dramatischen Unterversorgung führt, also beispielsweise, wenn es um solche Sachen geht, wie Schwimmbäder oder Jugendclubs oder so, sondern ich glaube, das eigentliche Problem ist, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber dass langfristig die Demokratie in Deutschland ausgehöhlt wird. Also mein Bruder zum Beispiel, bei dem sehe ich das, der ist in Nordhessen, das ist natürlich auch alles total verarmt, ist er Gemeinderatsvertreter. Er ist bei den Grünen, kann man sich ja vielleicht vorstellen, aber die sind schon längst in einer Altparteienkoalition, auch mit der FDP zusammen und es geht immer nur ums Kürzen, weil einfach überhaupt gar kein Geld da ist. So, die haben alle keine Lust mehr, keiner von denen hat noch Lust, Gemeinderatsvertreter zu sein. Das ist das Problem in allen Gemeinden Deutschlands. Wenn man nichts mehr gestalten kann, sondern da nur noch als Kürzungsbüttel ist, dann wird sozusagen die Demokratie von ganz unten ausgehöhlt, weil am Ende gibt es keinen einzigen Kommunalpolitiker mehr, außer vielleicht den bezahlten Bürgermeister. Und das ist wirklich gefährlich. Also wie wollen die Parteien hier in Berlin eigentlich ihr Personal rekrutieren, wenn unten keiner mehr Lust hat? Und gleichzeitig ist es so, dass die Bürger Politik und Staat ja vor allen Dingen in ihrer Gemeinde erleben. Genau da ist aber gar kein Geld mehr da. Das ist wirklich gefährlich. So, und ich finde, man müsste eigentlich, wenn man jetzt versuchen will, diesen Wahnsinn, diesen Kürzungswahnsinn in Deutschland zu verändern, müsste man also über die Kommunen kommen, weil das auch jeder Bürger erlebt. Und das andere ist natürlich, es gibt zwei große Bereiche, eigentlich drei große Bereiche in Deutschland, die unterfinanziert sind. Komplett hoch. Das eine ist natürlich immer noch die Bildung, das zweite ist die Pflege und das dritte ist die Gesundheit. Wenn man den Leuten sagen würde, dafür wollen wir das Geld ausgeben und das ist billiger, wenn der Staat das anbietet, statt eine private Krankenkasse, das hat ja nun inzwischen auch schon jeder kapiert, dass es nicht so teuer ist wie eine private Krankenkasse, dann könnte man, glaube ich, da etwas bewegen. So, ich würde aber jetzt, das, was tatsächlich relativ überflüssig ist, muss ich jetzt mal auch so hart sagen, sind in Deutschland die Länder. Also wir haben einfach zu viele Ebenen, wir haben die Gemeinde, wir haben den Kreis, wir haben die Länder, wir haben den Nationalstaat und wir haben die EU. Davon ist mindestens eine Ebene überflüssig und ich würde sagen, das sind die Länder. So, aber genau blöderweise findet die Debatte immer auf der Landesebene statt. Und die Länder sind auch nicht bereit, obwohl sie bereit, sozusagen Gelder an die Kommunen abzutreten. Aber egal, das ist jetzt nochmal eine neue Debatte, die wir jetzt hier nicht führen. und ich höre jetzt mal auf. Ja, wobei das insofern ein Problem ist, weil verfassungsrechtlich gibt es sozusagen die Gemeinden nichts und die Gemeinden sind Bestandteil der Länder. Also insofern ist, aber die Frage ist ja wirklich, ob Europa, ob in Deutschland, das ist ja kein ein Punkt, wo wir jetzt sagen, die Situation ist jetzt schwierig, sondern wir haben die Einlaufkurve der Schuldenbremse zu erfüllen und wir haben den Fiskalpakt, der eben nicht sagt, sinnvolle Investitionen darf man zukünftig noch finanzieren, so wie Sie den Einstieg gemacht haben, sondern der schlicht und einfach sagt, über alle öffentlichen Haushalte plus Sozialversicherung darf Verschuldung nicht mehr als 0,5 Prozent betragen. Also völlig unabhängig von Bedarfen, von Investitionen, von anderem. Und die Frage ist, wie Sie sich sozusagen die Zukunft da auch vorstellen. Manche, die Linke sagt, dann müssen wir eben jetzt rigorose Steuererhöhungen haben, um noch Ausgabenspielräume überhaupt zu haben. Aber wenn man das nicht sagt, dann ist ja die Frage, das ist ja nicht nur kurzfristige Geschichte, sondern langfristig und es geht eben jetzt schon los, dass auch rot-grüne Regierungen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, ihre gesamten Wahlversprechen, was Ausbau von Bildung angeht, das Einstellen von zusätzlichen Lehrern nicht nur nicht erfüllen, sondern sogar Lehrer entlassen, Tariferhöhungen für Beamte nicht mehr übertragen und 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 mit dem Argument, wir müssen ja die Schuldenbremse einhalten. Also ist das die Perspektive, auf die jetzt auch Deutschland zusteuert? Also vielleicht muss man erst sagen, es hat die Politik sich ja selbst zuzuschreiben. Wer es nicht schafft, selbst oder eigenverantwortlich mit Geld umzugehen, ohne immer wieder Schulden zu machen, dann gibt es halt irgendwann eine Schuldenbremse oder was unabhängiges. Das ist ja genauso mit der EZB, mit der Geldpolitik, da muss eben jemand Unabhängiges ran, der eben da aufpassen muss, weil die Politik anscheinend nicht in der Lage ist. Und so ist es ja zustande gekommen. Die Schulden sind ja andauernd angestiegen. Und Frau Herrmann hat es ja vorhin gesagt, vielleicht ein bisschen beschönigt, dass das meiste von der Finanzkrise her rührt. Wenn man das Buch hat, da sieht man schon, die Schulden geht immer nach oben. Und das ist auch, wenn man sich die deutsche Schuldenkurve anschaut, es endete immer, es endete immer, es endete immer am Ende in irgendeinem Tränen. Also das war 1923 so, da ist Deutschland ja gar nicht pleite gegangen, sondern da hat man das in Pferderwährung zurückgegeben. Da gab es einen ersten Weltkrieg. Ja. Noch nicht. Ja gut, aber nein, trotzdem muss man ja feststellen, dass es immer, dass anscheinend die Politik ohne eine Bindung nicht mit Geld umgehen kann und dass es zu Schulden führt. Und so ist die Schuldenbremse ja zustande gekommen. Und deswegen hat die Politik ja selbst dafür gestimmt, sich selbst zu bescheiden. Und nun muss man halt gucken, wie schafft man das, mit dieser Bescheidung trotzdem eine gute Politik zu machen. Und ich finde, mit den Steuereinnahmen, die wir haben, kann man eine gute Politik machen. Und ich weiß nicht, warum es immer mehr werden muss, warum man nicht mit dem Geld auch auskommen kann und ob man nicht auch gucken kann, wo man das effizienter machen kann, wo man neue Ideen entwickeln kann. Und mir kann keiner sagen, dass der Staat immer mehr Geld braucht. Warum soll es immer mehr Geld geben? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und dass jetzt unbedingt die öffentlichen Krankenkassen besser sind, weiß ich auch nicht. Also wenn ich am Gegenüber vom Adlon hat, hat die Badenia, oder eine dieser wunderbaren Kassen, ihr Hauptsitz. Und ich würde vermuten, dass es relativ teuer da ist, seinen Hauptsitz zu haben. Und so haben viele öffentliche Krankenkassen das. Und wenn Sie gerade öffentliche Krankenkassen sehen, da sehen Sie auch, es funktioniert nicht so, dass man sagt, ah, wir machen mal Gesundheit nur auf öffentliche Kasse. Da wird so viel in Verwaltung ausgeben. Und wenn Sie keine Schuldenbremse haben, wenn Sie nicht darüber nachdenken müssen, wofür Sie den Euro ausgeben, dann können Sie auch so leben. Denken Sie, ach, warum denn nicht noch ein schönes Gebäude da und dort. Und ich kann, da finde ich so eine Schuldenbremse, ganz ehrlich, so eine Grenze, nicht schlecht, um mal sich zu bescheiden und dann zu überlegen, okay, wie gebe ich das Geld jetzt optimistisch aus. Und das heißt ja nicht, dass es die Schuldenbremse 0,5 Prozent, das heißt ja nicht, dass wenn ein konjunktureller Abschwung ist, man auch mehr haben kann. Das steht ja auch, das wissen Sie ja auch. Also Sie können, ja und ganz ehrlich, wenn die Welt untergeht oder wenn Naturkatastrophen gibt, steht ja auch drin, dass man dann das aushebeln kann. Also für wirklich schwere Krisen funktioniert die ja nicht und die ist ja auch nicht wirklich bewährt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwann wird das gerissen von den Ländern und da wird auch keiner kommen und wird das bremsen. Also insofern, ich glaube auch nicht daran, dass diese Schuldenbremse am Ende, die wird wahrscheinlich ähnlich enden, wie das der bisherige Schuldenparagraf, nicht mehr Schulden machen zu dürfen, als man Investitionen hat. Das hat ja auch nie funktioniert. Aber trotzdem, ich kann nicht nachvollziehen, warum man sich nicht auch mal bescheiden soll. Darf ich doch vorher direkt was sagen darf? Also das einfach mal stützend, weil ich habe dann auch was zu kritisieren, aber die Aussage würde ich mir tatsächlich mal von einem Politiker wünschen, dass er sagt, ach die Schuldengrenze, das wird eh keinen Bestand haben mehr. Das trauen sich auch viele Linke und Gewerkschafter nicht. Die gehen immer und sagen, aber wir müssen doch. Ja, aber wenn so eine Aussage mal natürlich vor einem ganz anderen Hintergrund kommen würde, aber ich wollte das nur kurz direkt. Ich wollte nur eine kurze, also wenn wir jetzt im Fernsehen wären, dann würden wir hinterher einen Faktencheck ankündigen. Ich weiß nämlich zumindest ein Beispiel, wo die Schulden nicht durch eine Entwertung oder durch einen Krieg oder sonst irgendwie wieder abgebaut wurden. Das war nämlich die Entwicklung in den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die auch eine Schuldenquote von 200% und die ist ein Stück weit runter. Also es funktioniert schon. Ich weiß, nein, ich will es nicht wissen. Das war finanziell, aber die Zinsen, es kräftig niedrig waren, die Leute entschuldeten. Wer hat denn darunter gelitten? Enteignet, das sind die Spare enteignet. Okay. Ich wollte eigentlich, ich wollte eine andere Frage, eine Frage nachschieben. Also wenn man sich Ihre Ansicht aneignet, der Staat hat eigentlich genug Geld und er soll damit auskommen, er wird sparen müssen in nächster Zeit, wo würden Sie denn dann kürzen wollen? Also wo sind zu viele Ausgaben, die man unbesehen kürzen kann? Wir müssen doch gar nicht kürzen. Wir haben doch jetzt, es geht doch sogar, wir haben sogar 0,5% dürfen das sogar Schulden machen. Das heißt, wir können pro Jahr ab 2016, können wir 10 Milliarden pro Jahr mehr ausgeben. Ich weiß überhaupt nicht, wo da was gekürzt werden muss. Das heißt, ich habe 10 Milliarden mehr und dann muss ich die 10 Milliarden eben klug ausgeben. Also ich weiß nicht, das heißt ja nicht, dass wir, der Fiskalpakt sagt doch nicht, wir müssen die, oder die Schuldenbremse, der Fiskalpakt schon, aber die Schuldenbremse sagt doch nicht, ich muss jetzt meine Schulden reduzieren. Das geht doch gar nicht darum. Es geht nur darum, die Neuverschuldung irgendwie mal zu stoppen. Und das muss man sich doch klar machen. Es geht wirklich nicht darum, dass wir jetzt von jetzt auf gleich unsere Schuldenquote von 80 auf 0 senken, sondern es geht einfach darum, die neuen Schulden, dass wir das eindämmen. Das ist genau der Ziel. Und es geht wirklich, ich weiß nicht, warum ich da mal das sparen soll. Herr Hill, sind die neuen Schulden nicht ein Bestandteil der Staatsausgaben bisher? Und wenn man die nicht mehr machen darf, dann muss gekürzt werden? Ja, also mir fällt jetzt ein Artikel ein, den habe ich 2010 in der Welt gelesen. Und den fand ich wirklich sehr informativ, auch eben gerade für diesen Diskussionsstand. Es war nämlich so eine dicke Überschrift und mit einer tollen Grafik versehen. Das war auf jeden Fall eine dreistellige Milliardenzahl Investitionsrückstand in den Kommunen. Und wenn wir jetzt dagegen diese Kleckerbeträge, also jetzt 10 Milliarden, irgendwie dürfen wir sogar mehr aufnehmen. Wenn ich nur alleine sehe, wir geben seit Jahren, und zwar seit der rot-grünen Koalition, über den ganzen Zeitraum, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, 25 Milliarden, weniger als jetzt für Bildung aus, als nur als der OECD-Durchschnitt. Da sind Länder wie Mexiko, Südkorea und so weiter drin. Also nicht nur ganz reiche Industriestaaten. Und dann haben Sie jetzt gerade eine wunderbare Frage gestellt oder eine These gestellt, ich weiß gar nicht, warum wir immer mehr ausgeben müssen. Das ist ja an sich auch eine richtige Frage, die man sich stellen muss. Warum müssen wir nicht immer mehr ausgeben? Und da ist es so, vielleicht kann uns die Antwort ein Malermeister geben. Ich bin nämlich 2011 durch elf Bundesländer gewandert und dann einmal habe ich auch geschummelt und bin getrampt. Und prompt saß ich bei einem Malermeister im Auto, das war irgendwo in NRW, und dann kamen wir irgendwie so ins Gespräch, ich habe ihn einfach erzählen lassen, der hat mich dann noch dahin gefahren, wo ich wollte, obwohl er einen ganz anderen Weg hatte. und der sagte dann irgendwann, ja, es ist halt, der sagte dann halt, ja, wo kriegen Sie denn Ihre Aufträge? So kam er zur Sprache. Ja, das ist jetzt ja alles nicht mehr so. Früher haben wir die Schulen Aufträge gegeben und so weiter, also dass wir die Klassenräume malen sollen und so weiter. Und zwei Jahre davor hatte ich dann ein ähnliches Erlebnis, da habe ich den Alltagsminister erfunden, einfach so, weil wir haben Außenminister und so weiter, aber keiner kümmert sich mehr um den Alltag der Menschen, habe ich mir so gedacht. Habe ich natürlich rein fiktiv. Und dann habe ich mich immer so in Cafés gesetzt und dann saß ich auch mit einem Menschen in Hamburg, allerdings war das dann, an einem Tisch. Und da sagte er dann plötzlich, haben wir uns angeregt unterhalten, auch über Politik. Und dann sagte er, oh, jetzt muss ich aber los, das Klassenzimmer streichen. Und das ist natürlich ein Problem, auch wiederum, nochmal zurück zu den Kategorien von Einnahmen und Ausgaben, wenn der Malermeister keine Aufträge kriegt, ja, dann kann er eben auch keine Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Und das sind eben, wenn die Kommunen aus dem letzten Loch pfeifen, laufen diese ganzen ökonomischen Zusammenhänge nicht mehr. Und so kann ich natürlich auch keine, letztendlich auch keine Schulden abbauen. Es wird ja immer schlimmer. Das scheinen die Kommunen ja festzustellen. Also da greift vieles ineinander. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so ein bisschen plastisch machen. Einfach konkret, der Malermeister kriegt keine Aufträge, die Eltern gehen, das Klassenklimmer streichen und verkaufen das. Das ist ja auch alles so irre, was sich in vielleicht 15 Jahren entwickelt hat. Der verkaufte das so als Gemeinschaftsaufgabe. Ich habe gesagt, ja, das finde ich toll, so ein Lehrer-Schüler-Eltern-Projekt, aber den kann man doch auch in die Oper gehen. Aber stattdessen streichen die das Klassenklimmer und der Malermeister kriegt keine Aufträge, zahlt keine Steuern. Ja, das sind Steuern, die der Kommune wieder fehlen. Es passt einfach nicht zusammen. Ja, und nochmal ganz kurz abschließend gesagt, was einfach stehen bleibt, als schockierende Zahl, sind diese dreistelligen Milliardenbeträge, die wir an Investitionsrückständen haben. Ja, also die Infrastruktur, Straßen, aber eben auch Schulen, also reine materielle Ausstattung, die die unmittelbaren Lebensverhältnisse der Menschen berühren. Und da weiß ich, da weiß ich dann auch keine Lösung mehr, wenn man sagt, wir haben jetzt die Schuldenbremse. Vor dem ganzen Hintergrund, der seit Jahren bekannt ist, fragt man sich, warum die Schuldenbremse überhaupt eingeführt wurde. Weswegen dann ja am Ende Ihren Satz, der sicherlich kommen wird, das glaube ich auch. Also da bin ich hundertprozentig mit Ihnen einverstanden. Ich wundere mich, warum außer Ihnen, und dass ich den selber sozusagen gedacht habe, spricht den keiner aus. Ja, wobei ich, wobei ich aber, ich teile den Optimismus da nicht. Und Herr Zschäpitz, Sie sind natürlich ein schlechter Politikvertreter, und zwar nicht nur des konservativen Teils, sondern auch gleichzeitig noch des sozialdemokratischen und grünen Teils, weil alle diejenigen haben sozusagen Schuldenbremse für im Prinzip richtig gefunden, haben dem Fiskalpakt im Prinzip zugestimmt, bestenfalls noch mit der Frage, gibt es kurzfristig noch eine Wachstumskomponente, und haben bewusst das Grundgesetz so geändert, auch gegen den Willen von Herrn Lammert, dass es so ausführlich da drin steht, was sozusagen erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, dass im Prinzip das wirklich heißt, dass dann eine Opposition vor das Bundesverfassungsgericht geht und sagt, hier wird gegen verstoßen, und das Bundesverfassungsgericht muss dann sagen, im Grundgesetz ist das scheißegal, könnt ihr ruhig machen. Also das glaube ich, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Jetzt, nein, aber jetzt könnte man, Ja, das aber, Sie sagen ja gerade zu Recht, nein, das sind ja die Altschulden, Sie sagen ja gerade, wir beschäftigen uns bei der Schuldenbremse erst mal nur mit den Neuschulden. Und jetzt könnte man sagen, das war ein Fehler, das so zu fixieren mit der Schuldenbremse, aber wir machen ja genau das Gegenteil. Wir haben das Exportmodell Schuldenbremse jetzt in einer verschärften Form, nämlich Fiskalpakt, gerade sozusagen als Druckmittel von Deutschland aus in ganz Europa, und zwar diesmal nicht nur der Eurozone, sondern mit zwei Ausnahmeländern, in ganz Europa angestrebt. Und die Frage ist wirklich, Sie haben jetzt, das nochmal ist eher so dargestellt, wie man das in der Tat häufig hört, also die Politik verschwendet das Geld nur so und man muss mal endlich mit dem Geld auskommen. Aber es ist ja hier schon erwähnt worden, wenn Sie sich in vielen Kommunen angucken, die kommen deswegen im Augenblick zurecht, weil sie zehn Jahre lang Personal abgebaut haben und vieles sowieso schon geschlossen haben und wenn dann mal die Gewerbesteuer anspringt, dann kommt man gerade eben so zurecht und wenn ein Konjunktureinbruch kommt, sieht es eben schon wieder schlecht aus. In den Ländern gibt es überhaupt keine Chancen, das, was an Bildungsausgaben eigentlich notwendig wäre, zu finanzieren. Und deswegen, wie ich schon gesagt habe, mir ist schneierhaft, dass es nicht eine Einpunktgeschichte ist, sondern wir sind am Anfang der Einlaufkurve in die Schuldenbremse und da fangen schon viele an zu stöhnen. Es wird dann irgendwann der Punkt kommen, wo eben ab 2019, 2020 null Verschuldung für die Länder da ist und die Kommunen. Und da ist wirklich die Frage, was Sie sozusagen der Bevölkerung denn sagen wollen. Wollen Sie wirklich sagen, der müsste einfach gucken, dass er damit zurechtkommt und alles mögliche auf der Ausgabenseite streichen? Oder muss man dann wirklich die Frage steuerliche Mehreinnahmen, um eben Investitionen, um mehr Personal da, wo es gebraucht wird, im öffentlichen Dienst auch zu finanzieren? Also das ist doch die Frage, auf die die Auseinandersetzung jetzt in allen möglichen Situationen auch eben gerade hier in Berlin hinausläuft. Und dann sind wir noch nicht bei den hochverschuldeten Ländern, da kommen wir dann gleich noch zu. Wenn Sie so Beispiele genannt haben, wenn Sie in der Republik rumkommen, ich komme auch zuweilen in der Republik rum, ich war in Bremen neulich mal. Ich war in Bremen, nee, zu Fuß nicht, ich war in Bremen und dann gab es in Bremen einen Menschen, der hat mich begrüßt an der Straßenbahn und hat gesagt, guten Tag, ich zeige Ihnen mal, wie der Automat funktioniert und dann müssen Sie jetzt das Ticket lösen und das machen Sie jetzt mal so. Und dann sage ich, wenn ich das Ticket jetzt nicht löse, dürften Sie jetzt auch mir die Strafe abnehmen? Nee, nee, das macht der andere Kollege, das mache ich jetzt nicht. Und da denke ich mir, in Bremen ist irgendwie, das Land ist hochverschuldet und Sie leisten sich nach jemandem, der mich am Automaten grüßt. Es ist faszinierend. Oder hier in Berlin bin ich gejoggt, jeden Morgen durch den Humboldthain, da gibt es jetzt Menschen vom Gartenbauamt, die klopfen den Schnee von den Bäumen und schippen Schnee von der Wiese weg. Und ich frage so, ey, was macht der da? Naja, wir müssen ja irgendwas machen. Faszinierend. Ja, faszinierend. Aber ich würde vermuten, ich würde vermuten, dass man, wenn man da ein bisschen drüber nachdenken würde und denen vielleicht etwas anderes gäbe, dass sie nicht den Schnee von den Bäumen abklopfen müssten. Das sind doch so Sachen. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt... Ja, das ist ein keynesianisches Problem. Keynes hat ja auch ein keynesianisches Programm. Der hat ja gesagt, man sollte, man sollte... Doch, doch. Keynes, doch. Keynes hat ja gesagt, das Beste wäre, man sollte einfach Löcher graben und sie wieder zuschütten. Das ist ein ähnliches Prinzip. Er hat gesagt, wenn nichts Vernünftigeres möglich ist, dann soll man wenigstens das machen. Sehen Sie. Das ist schon unterschiedlich. Und das scheint ja bei uns in Berlin... Nur ich frage mich, wenn in Berlin der Druck so groß ist, warum dann die Leute das machen. Also insofern... Die Bäume klöpfen. Herr Zschäpitz, Sie waren doch immer für den 1-Euro-Job, oder? Sie waren doch immer für den 1-Euro-Job. Jetzt sehen Sie den 1-Euro-Job. Und wissen Sie, warum Sie den Schnee von den Bäumen fegen müssen und nichts anderes machen dürfen? Weil ja 1-Euro-Jobs keine Konkurrenz zur normalen Wirtschaft darstellen dürfen. Das heißt, das ist die programmierte Sinnlosigkeit. Aber das ist genau das, was die Agenda 2010 hervorgebracht hat, die Sie doch eigentlich immer unterstützt haben. Es ist so ein bisschen erstaunlich, dass Sie dann deren Wirkung so erschütternd finden. Ja, aber wenn die Kommunen Geld zu investieren hätten, und Leute zu beschäftigen, und diese Leute auch gar keine Zeit haben... Aber ich könnte sagen, an unserer Schule sind 16 Lehrer krank, oder auch in der Horterziehung. Ich könnte mir vorstellen, da gäbe es günstiger, da gäbe es cleverere Anwendungsmöglichkeiten, als Schnee abzuklopfen. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, die sind nicht ausgebildet für eine Erziehungsleistung, aber in der Schule sind so viele... Und dann frage ich mich, wenn Sie offenbar in Ihrem Hort schon feststellen, dass die Erzieher fehlen, warum Sie dann nicht dafür sind, dass die Steuern erhöht werden und Erzieher eingestellt werden. Denn ich bin ganz sicher, wenn es konkret wird, werden Sie nicht wollen, dass ein Unausgebildeter, ein Eurojobber Ihr wertvolles Kind betreut, sondern Sie wollen ganz bestimmt, dass es eine gute Erzieherin ist. Aber dann ist doch die Frage, wenn da also offenbar so ein Mangel herrscht, der ja nachgewiesener Weise überall herrscht, warum Sie dann nicht der Meinung sind, dass der Staat da mehr Geld ausgeben sollte. Sie wären doch der erste Profiteur. Nein, es geht... Ich habe ja auch nichts gegen kluge Investitionen. So, das war zum einen, das hatte ich ja schon am Anfang erwähnt. Das habe ich ja selber... Dagegen spricht ja nichts. Aber die kosten Geld. Ja, das kostet Geld. Und nur, wenn eben das Geld zu locker sitzt, wenn man einfach Geld so hat und andere Leute Geld ausgibt und nicht darüber nachdenkt, dann werden nicht nur kluge Sachen gemacht, sondern werden auch viel Blödsinn gemacht. Und ich meine, Straßenbau, es gibt teilweise irgendwelche Autobahnen, die gebaut worden sind, wo keine Sau drüber fährt oder Untergrundbahnhöfe, die wahnsinnig teuer sind. Und man fragt sich, wozu braucht man solche Sachen und warum kann man nicht das Geld genauso ausgeben und eine richtige Straße machen, wo es Straßen gibt. Und wenn ich aber zu viel Geld habe, so wie in Japan beispielsweise, da gibt es Brücken, die werden einfach hingestellt und dann, oh, gibt es keine andere Brücke. Und wenn man zu viel Geld hat und nicht darüber nachdenkt, dann fühlt das zu blöd. Ich habe nichts gegen kluge Investitionen und wenn man dann feststellt, dass man nicht genug Geld hat, dann kann man ja immer noch überlegen, wie man die Einnahmesituation verbessert. Aber ich finde nicht, dass man erstmal immer sagt, sofort Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld und erstmal einfach das Geld ausgibt, sondern erstmal wirklich auch mal einen Mangel spürt und dann eben aus diesem Mangel raus überlegt, wie man es am besten anstellt. Sie sind also für eine Mangelwirtschaft. Nein. Weil die haben wir jetzt hier an sich schon. Weil erst mal ist es ja interessant zu wissen, was habe ich jetzt so verstanden als Plädoyer für eine Vermögensteuer. Weil den Kommunen sitzt das Geld ja nicht locker, wie Sie sagen. Dem Staat sitzt das Geld auch nicht locker. Ich kann nicht sogar von der Herbstschatzsteuer starten. Ja. Wann lese ich das in der Welt? Das haben wir nicht gemeint. Wir haben Binnen. Also wir, jetzt sind ja beide die Politiker. Also jetzt können wir schon fast eine Partei gründen. Wir haben ja eine Binnen-Pluralität bei uns. Es ist ja nicht so, dass wir nicht auch unterschiedliche Meinungen haben können. Und natürlich wird in der Welt jetzt nicht auf Seite 1 stehen, dass die Erbstschatzsteuer ganz groß ist. Aber wir können unsere Meinungen wirklich auch offen schreiben. Und ich bin bisher einmal in meinem Leben, bisher bin ich beschnitten worden. Das war darum, als ich bei der letzten Bundestagswahl, als es darum ging, die Parteiprogramme zu interpretieren. Da hatte ich gesagt, dass das FDP-Programm nie und nimmer finanzierbar ist und nie und nimmer kommt. Und das fand Herr Poscher nicht so toll. Das war das einzige Mal, wo jemand kam und gesagt hat, mach das mal ein bisschen an. Ansonsten sind wir bei uns, Sie werden es nicht glauben, haben wir meinungsfreudiger als Sie und unterschiedlicher Ansichten, als Sie das vielleicht annehmen. Okay, jetzt bin ich schockiert, weil Sie schreiben also alle freiwillig so. Okay. Ich wollte noch eine Sache einwenden, was mir so ein bisschen unter den Tisch fällt. Wir gehen immer, auch wir gehen jetzt, oder zum Beispiel jetzt ja hier dieser Fragekanon, da wird ja, wir sind jetzt ja die Politiker, aber das sind hier sozusagen, begreife ich jetzt ja so fast als linke Journalisten, aber auch linke Journalisten, die uns jetzt befragen und sie dauernd drangsalieren und sie schlagen sich ja prächtig, selbst die gehen dauernd von den Schulden aus. Ich habe jetzt schon vor, also es ist eine Alternative, was ist eigentlich eine Alternative zu dem Ganzen, aus dem Kreislauf herauszufinden, ja. Und im Grunde genommen liegt die Antwort für mich relativ nah. Wenn man jetzt dauernd, woran kann man eigentlich eine alternative Politik festmachen? Und dazu muss man erst mal sehen, was zeichnet die gegenwärtige Politik fast parteiübergreifend aus? Und das ist im Grunde genommen, der Kern der Politik ist im Grunde genommen, wir können uns das nicht leisten. Wir müssen sozusagen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Wenn man jetzt umgekehrt guckt, was ist eigentlich notwendig, sich zu leisten? Und das sagen ja häufig die gleichen Politiker auch. Ja, wir brauchen bessere Bildung, wir brauchen wieder eine vernünftige Infrastruktur, wir brauchen mehr Investitionen, ja. Und bei Investitionen, auch jetzt bei der Energiewende oder egal was ich nehme, wird dauernd immer nur von den Kosten geredet. Es sind aber nicht nur Kosten, es sind natürlich auch Einnahmen, schafft Beschäftigung. Es gibt auch Steuereinnahmen und so weiter. Das ist Konjunktur, ja. Ist also in dem Sinne gar nichts Negatives, ja. Aber weil wir eben dauernd gucken, wir dürfen nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen, ja. Ja, haben wir ein Bild, was uns völlig weggebracht hat, vielleicht ist auch das ein Kern des Ganzen, einer, uns weggebracht hat von dem, was eigentlich unsere Bedürfnisse oder auch Bedarfe sind, jetzt in Schulen, in Bildung und so weiter. Ja. Wenn man da erstmal gucken würde und sagt, das müssen wir finanzieren, dann guckt man natürlich ganz anders hin, dann landet man vielleicht bei solchen Sachen, wie Frau Herrmann sagt, dann müssen wir auch die Einnahmen erhöhen. Dann kann man aber auch vielleicht sagen, dann müssen wir uns verschulden. Weil aus diesen Schulden, wenn man diese Logik erstmal sich dafür öffnet, Schulden heißt ja nichts mehr, als mehr ausgeben, als einzunehmen. Die schaffen ja auch wieder Beschäftigung, die schaffen Investitionen, die schaffen Prozessinnovation, die schaffen zusätzliche Arbeitsproduktivität, ja. All das, was völlig auch in der Statistik ablesbar ist, alles verläuft flach wie ein Brett in Deutschland, ja. Der Konsum, die Investitionen, da gibt es mal einen Ausschlag nach oben oder unten, ja. Aber das ist im Grunde genommen, hat diese Politik, die wir jetzt seit 98 oder spätestens seit der Agenda 2010 in aller Radikalität haben, uns nichts Positives gebracht. Ja. Wir haben ja mehr Schulden gemacht. Jetzt weiß ich nicht, warum sind noch mehr Schulden nach? Das ist faszinierend. Ja, der Staat macht ja Überschüsse. Keine Schulden, ja. Wir reden in Zeithalten, wo alle Überschüsse bilden in Deutschland, reden wir von Schuldenproblemen. Das sehe ich als ein Problem an. Ich würde gerne mal Herrn Zschepitz insofern recht geben, als ich auch finde, dass man im Normalbetrieb nicht ständig, also sozusagen Schulden per se akzeptieren sollte. Ja, aber, nein, 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 aber, aber Herr Zschepitz, aber Herr Zschepitz, dann muss, Ihnen ja zwei Dinge klar sein. Erstens, wenn man keine Schulden machen soll im Normalbetrieb, dann müssen die Steuern hoch. Denn, wie gesagt, Sie selber finden ja auch, dass in der Kita offensichtlich Betreuungspersonal fehlt und es gibt also riesige Mängelbereiche. was ich kommen sehe, ist, dass die Steuern sich umwandeln werden in Abgaben. Also, oder Abgaben anderer Art, jedenfalls in der Form, dass Steuern zweckgebunden erhoben werden. Also, was ich wirklich kommen sehe, ist so eine Art Vermögensabgabe nach dem Motto oder Vermögenssteuer. Damit finanzieren wir Teile der Bildung. Das ist zwar im Grundgesetz und sonst wo in Deutschland nicht vorgesehen, aber das ist, glaube ich, der Trend, auf den es rauslaufen wird. Keine Ahnung, aber das sehe ich halt politisch kommen. Und das zweite Problem, also, wenn man keine Schuld machen soll, dann muss man die Bedarfe irgendwie finanzieren. Das zweite Problem ist ja das, was Herr Hild gesagt hat. Also, was macht man, wenn alle Sektoren in der deutschen Volkswirtschaft sparen? Dieses Geld soll ja irgendwo angelegt werden. Und dieses Problem sieht man ja ganz besonders bei den Lebensversicherungen. Die wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld, jetzt wo nicht mehr alle Staatsanleihen in Europa als sicher gelten. Nein, die sind ernsthaft verzweifelt. In den Lebensversicherungen rotiert, nein, rotiert die Panik. Also, wenn das so weitergeht, wie jetzt sind, dann sind die demnächst alle pleite, inklusive der Allianz. So, das heißt, dieses Sparkapital, das sich in Deutschland ja überall bildet, muss irgendwo hin. Wenn man das jetzt nicht über Schulden, Staatsschulden absorbieren kann, was bisher der Weg war, dann heißt das wieder, dass das, was Sie in den USA kritisiert haben nach dem Zweiten Weltkrieg, zwingend ist. Man muss dieses Sparkapital absammeln, entweder durch Steuern oder aber durch eine finanzielle Repression. Also, genau. Ja, nur, das können Sie, aber das hat eine volkswirtschaftliche Logik. Sie tun so, als wäre das ein moralisch-politisches Problem, nach dem Motto, der böse Staat macht finanzielle Repression. Nein, das ist automatisch, folgt das sozusagen in einer volkswirtschaftlichen Logik, wenn alle sparen, ja, wenn zu viel Geld da ist, genau. Also, ich sehe schon, Sie haben eigentlich, sind Sie ja auch so eine Art Bestrafungsmission. Sie wollen nicht nur den Staat oder die Politiker bestrafen, weil die angeblich zu viel Schulden machen, eigentlich wollen Sie auch die Vermögenden bestrafen. Sie sind ja eigentlich ganz zufrieden, wenn das viele Geld, keinen Weg findet, sich irgendwo sinnvoll zu betätigen, oder? Nur direkte Steuern dürfen nicht sein. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin natürlich auch keiner, der jetzt für eine Verschuldung plädiert. Ich frage mich nur, wie kann man Sie logisch und auch praktisch abbauen? Ja, und steht der Schuldenabbau am Anfang oder ist das das Ende eines wirtschaftlichen Prozesses? Nur, dass das deutlich ist, ja, wenn ich Ausgaben habe, Investitionen und so weiter, dann erledigen sich die Schulden von selbst. Ja? Aber wir können also erstens sowieso noch mal, wenn hier sozusagen aus dem Publikum noch dringend Fragen sind, können die durchaus, jetzt kann man sich einfach melden, wir wollen nur nicht so eine Phase dann, wo dann niemand sich meldet, gleich. Aber ich will noch mal einen Punkt, weil mir das, ich habe immer das Gefühl, alles weicht jetzt aus, naja, wenn es dann eng wird, dann dürfen wir doch uns verschulden. Also ich halte Schuldenbremse und Fiskalpakt für so hart, dass ich nicht glaube, dass das akzeptiert wird. Und wir haben jetzt die Auseinandersetzung innerhalb der Bundesländer, also mit den ersten Klagen gegen den Länderfinanzausgleich, wo sozusagen, was ursprünglich, ich war in der Föderalismuskommission selbst mit drin, das Versprechen war, an die ärmeren Länder, es wird eben nicht zu einer Klage geführt, die jetzt gemacht wird. Also wir werden in richtig große Probleme kommen und es gibt, es gibt ja keine steigende Ausgabenquote, wir haben keinen steigenden Staatsanteil, so wie sich das bei Ihnen anhört, sondern wir haben sozusagen rückläufige Ausgaben bei zum Teil steigenden Bedarfen und das ist schon für mich zumindest ein Problem und ich habe aber das Gefühl, dass das auch in der Politik von allen Parteien, jetzt in dem Fall außer der Linken, wirklich nicht thematisiert wird. Also mein Lieblings oder am meisten gehasster Haushaltspolitiker ist der Volker Schneider von der SPD, der sich da immer hinstellt, Carsten Schneider, Carsten Schneider, der sich sozusagen immer hinstellt, der Bundesregierung, du sparst nicht genug und genau derjenige, wenn er dann selber an die Regierung kommt, steht vor genau dem gleichen Problem, wird genauso die Haushalte nicht dicht kriegen und dann kommt die CDU oder die FDP und sagt, gucke mal da, ihr kriegt den Haushalt nicht dicht und spart nicht genug und trotzdem wissen alle, dass es Riesenbedarfe gibt, wissen alle, dass wir zunehmend nur noch mit PPP überhaupt Investitionen getätigt kriegen, die Bundesautobahnen werden Zug um Zug sozusagen privatisiert, das ist doch alles eine Entwicklung, die nicht wirklich akzeptabel ist, wenn man noch ein Sozialstaatsprinzip im Auge hat und wenn das aber mit der Schulden nicht mehr geht, dann muss die Frage steuern und zwar nicht ein bisschen steuern, sondern in vollem Umfang als Ausgleich für die nicht mehr vorhandenen Defizitmöglichkeiten und dann bin ich erst bei Plus, Minus, Null, dann habe ich immer noch keinen zusätzlichen Spielraum für Bildung oder für neue Investitionen, sondern dann habe ich nur den alten Zustand wieder. Also insofern glaube ich, dass man auch im Journalismus kritischer wirklich damit umgehen müsste, wie sozusagen in den nächsten Jahren Haushaltspolitik auf der Länder, auf der Gemeinde eben, aber auch beim Bund wirklich aussieht und da habe ich das Gefühl, sind wir hier, also wir haben die Schmerzgrenze da glaube ich noch gar nicht wirklich erwischt, aber da halte ich es für nicht akzeptabel zu sagen, wir weichen dann doch, irgendwann wird das sowieso mit der Schuldenbremse nicht klappen und dann wird dagegen verstoßen. Nein, ich glaube, wir werden es erleben, dass es nochmal einen Umbau des Sozialstaates geben wird mit massiven Einschnitten, weil eben alles andere nicht zu finanzieren ist und weil ich nicht sehe, dass zumindest gegenwärtig eine Bereitschaft da ist, eine sozial gerechte Steuerpolitik zu machen, weil das ist auch klar, wenn ich wirklich Geld haben will, kann ich es wahrscheinlich nur oben holen oder sehen Sie das nicht so? Es gibt mir gar nicht das Mikrofon, das ist fast bedroht. Nein, aber als ich in Bremen war, habe ich da diskutiert auch mit dem Finanzsenator und ich habe nicht verstehen wollen, warum der Bremer, warum muss der Bremer ein einzelnes Bundes- und Stadtstaat bleiben? Warum muss der die gesamte Verwaltung sein? Warum kann man nicht einfach sagen, okay, wir haben festgestellt, die Bremer haben ja wahnsinnige Subventionen bekommen und sie kriegen einfach ihren Haushalt nicht unter Kontrolle. Warum muss ich dann sagen, okay, dann muss ich eben weiter noch mehr Geld einnehmen, damit Bremen weiter unabhängig bleiben kann? Dann muss man halt sagen, okay, wenn diese Einheit Bremen nicht funktioniert, dann muss ich eben auch mal überlegen, ob ich diese Strukturen ändere und das könnte man doch vorher auch machen und nicht erst sagen, die Bremer, die haben halt das Recht darauf, dass sie immer ihre Stadtstaaten-Sachen haben, dass da immer jemand steht und guten Tag sagt, wenn ich in die Straßenbahn komme, das ist ja schön, aber vielleicht kann man nicht auch da mal, man muss vielleicht erst mal, bevor man den einfachen Weg geht, erst mal überlegen, wo kann man gegebenenfalls erst noch was rausholen und da denke ich, da ist noch was. Aber dann sind Sie, ach, jetzt habe ich das Mikro, ich bin natürlich zu hören, dann sind Sie also auch ein vehementer Befürworter der Umlagefinanzierung und gegen private Altersvorsorge zum Beispiel. Weil, ich meine, warum sollen wir uns die ganzen privaten Versicherungen und ihren riesen administrativen Bereich, der übrigens, glaube ich, da gibt es Studien, deutlich teurer ist von der Administration als die gesamten gesetzlichen Krankenversicherung, warum sollen wir uns den auch noch leisten, den wir auch noch subventionieren? Keine Sorge, ich mache keinen Versuch, das zusammenzubinden jetzt inhaltlich. Ich würde nur, wenn wir jetzt noch Stunden Zeit hätten, dann würde ich versuchen, in die Richtung weiter zu diskutieren, wofür soll denn eigentlich der Staat das Geld ausgeben? Vielleicht kommt man über so eine Diskussion dann dahin, wie viel brauchen wir denn auch? Weil da sehe ich dann vielleicht auch eine Chance, dass wir also nicht nur uns Wahrheiten um die Ohren hauen, sondern vielleicht dann auch mal Nägel bei den Köppen machen, Butter bei den Fischen oder wie gesagt, genau. Es war ein Versuch mit dem Grillen, Axel hat schon gesagt, es hat nicht so richtig geklappt, wir haben auch unsere Rolle nicht so richtig erfüllt. Axel, du hast, glaube ich, du bist häufiger von der Moderationsrolle in die Mitdiskutantenrolle gefallen, aber man brauchte uns ja auch gar nicht, weil ihr habt es ja auch ganz gut selber hier hingekriegt. Ihr habt euch selber gegrillt, genau. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Damen und Herren, die sich haben grillen lassen und für die Aufmerksamkeit, das ist immerhin schön, dass so viele dann doch noch so lange geblieben sind, also das Thema scheint doch heiß zu sein, aber jetzt soll es mal gut sein, jetzt ist kurz nach 8, Samstagabend, macht mal noch ein bisschen, kurz nach 9, macht doch ein schönes Wochenende und danke nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.